Hallo zusammen, heute möchte ich dir... Herr Borchardt, ich habe mich voll gemacht, das schaffe ich jetzt so schnell nicht zu waschen. Macht nichts, das ist überhaupt kein Problem, denn mit der Quick-Drive-Funktion von Samsung ist das ein Kinderspiel. Wissen Sie denn, was Quick-Drive ist? Mal ganz kurz erklärt, bei der Quick-Drive-Funktion von Samsung dreht sich die Trommel entgegengesetzter Rückwand. Somit haben Sie das perfekte Waschergebnis und das in der Hälfte der Zeit. Sie sparen bei Quick-Drive nicht nur 50% der Zeit, sondern auch bis zu 20% der Energie. Achso, und solltest du was vergessen haben, überhaupt kein Problem. Selbst wenn die Waschmaschine läuft mit der nützlichen Add-Wash-Funktion, das ist die Nachlegefunktion, kannst du vergessene Stücke einfach während des Waschvorgangs nachlegen. Kommt vorbei, lasst euch beraten. Wir freuen uns auf euch, euer MediMask. Kennst du?